Ich glaube, generell für Kinder macht man alles. Ich glaube, es ist, wenn man sich auch hier mal rumguckt, wieder eine totale Begeisterung da und ich finde, da nimmt man sich gerne die Zeit und irgendwie fühlt man sich auch so ein bisschen zurückversetzt in seine eigene Kindheit. Ich war früher immer auf Fußballturnieren und da waren dann auch irgendwelche Spieler und das war für mich das Größte und deswegen ist es einfach schön. Oh, das ist hier! Ja, das ist hier! Ja, klar! Ja! Vielen Dank! Vielen Dank! Danke! Ich hätte es erst später, darf ich den Park an die Richtung! Ja, du bist dahinter! Danke! Wie ist die Stimmung, Kids? Ja! Wie ist es bei dir, Simon? Wir gehen auf! Hallo! Kanatsching! Hallo! Hallo! Danke! Mein Haus! Ich classified eure F apprentice! Warum? Hallo! Hallo! K Soon Musik 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 Guten Tag, guten Tag! Schalke, neun, vier! Da sind Sie ja! Herzlich willkommen! Los! Ja! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Scheiße ist alles, was zählt!